Das ist eine ganz entscheidende ehrenamtliche Aufgabe, die Schulweghelfer, die dazu beitragen, dass unsere Kleinen sicher in die Schule kommen und da möchte ich die Gelegenheit ergreifen, allen recht herzlich zu danken für diese tolle Aufgabe. Wir brauchen sie und sie machen einen tollen Job heute ein wenig von uns natürlich auch begleitet, denn das ist ganz entscheidend, dass sie sicher in die Schule kommen. Gerade am Anfang, wenn man besonders aufgeregt ist, wenn alles neu ist, dann geht es darum, dass die Sicherheit an erster Stelle steht und dann kommt die Schule und da wollen wir heute einen kleinen Beitrag leisten. Da selbstverständlich gehört es auch zum Lehrplan Inhalt, dass man eben deutlich macht, was es bedeutet, sicher in die Schule zu kommen. Das ist uns ein Herzenanliegen und deshalb haben wir das auch in die Inhalte für die Schule gerade im ersten Jahr aufgenommen. Also jeder, der Zeit hat und Lust hat, ist gerne willkommen, kann mithelfen, die Schülerinnen und Schüler sicher in die Schule zu bringen. Schulweghelfer ist eine Aufgabe, die wir in Bayern brauchen.